Die optimistischen Erwartungen, die in den Reformdiskussionen der 60er und 70er Jahre in die Machtbarkeit der Resozialisierung gesetzt worden sind, haben sich sicher nur teilweise erfüllt. Hier der Mercedes-Benz, im Wert von 165.990, haben sie sich ja hier zeigen lassen und dann aber dem Verkäufer angegeben, sie müssten noch auf die Bank, gehen Geld holen. Also wenn man jemanden am Anfang gerade kennt, tut man nicht ganz mit dem ganzen Haus ihren, oder? Und ich habe also schon gewissene Zeit gebraucht, bis das ein bisschen brockenweis rauskommt. Wo bin ich noch gewesen? Ja, in Zürich viel. Ich habe immer gesagt, das sei meine Stadtwohnung. Das ist der Landsitz gewesen und in Zürich hatte ich die Stadtwohnung für den Winter. Wärst du gefährdet, wieder einen Bruch zu machen? Du tust jetzt immer, also quasi, wir wollen ein Netz werden, das dich üben. Das sind wir nicht durch. Was in meinem Leben immer ein Handicap war, ist, dass ich gegen aussen viel gesünder, viel normaler Eindruck hinterlassen habe, als sie mir innen ausgesehen haben. Was in meinem Leben immer ein, was in meinem Leben immer ein, was in meinem Leben immer ein.